Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Throne and Liberty. Einige hatten es sich gewünscht und ich finde auch, dass es ein ganz cooles Video wird. Heute gibt es den ultimativen Angelguide. Erstmal, was für Angeln gibt es? Wo gibt es die Angeln? Ich habe euch das alles unten auch mit Timestamps markiert, damit ihr zu dem Punkt springen könnt, der euch am meisten interessiert oder den ihr braucht. Dann natürlich, was für Fische gibt es? Was für Angelplätze gibt es? Und wie farmt man am besten die Säckchen? Ich glaube, gerade die Säckchen ist ja das, wieso man angelt. Allein die Fragmente, die Fähigkeitsfreischallsteine und natürlich auch die Jade-Kristalle, die will man aus diesen Säckchen haben. Und das werden wir zum Schluss absolvieren. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Welche Angeln gibt es? Und vor allen Dingen, wie bekommt ihr bessere Angeln? Ihr startet ja alle normal mit einer Bambusangel. Die allererste Angel kriegt ihr durch eine Quest in der Story automatisch. Solltet ihr keine haben, könnt ihr euch auch beim Vertragsmünzenhändler eine kaufen. Der wird auch gleich nochmal wichtig, aber hier könntet ihr euch auch eine Bambusangelrute kaufen. Darüber hinaus gibt es noch vier weitere Angelruten. Einmal die Stahlangelrute, die könnt ihr euch selber herstellen mit Jade in der Natur und ein paar anderen. Und Monsterknochenangelrute, die könnt ihr euch mit der Stahlangelrute, auch mit Jade in der Natur und ein paar anderen Gegenständen herstellen. Die beiden Angelruten sind aber jetzt nicht unbedingt das Beste, was ihr bekommen könnt. Es gibt nämlich noch eine Platinangelrute, es gibt eine Krakenangelrute und eine Teventangelrute. Die Platinangelrute hat verschiedene Möglichkeiten zu droppen. Entweder durch das Angeln in einem Sack, das ist das Unwahrscheinlichste, denke ich mal. Das Zweitwahrscheinlichste ist durch mystische Portale. Für mystische Portale braucht ihr diese Schlüssel dort oben, die bekommt ihr auch beim Vertragsmünzenhändler. Und damit könnt ihr Portale aufmachen. Die habt ihr bestimmt schon mal in der Welt gesehen. So sehen die aus. Daraus bekommt ihr keine Angel. Aber wenn ihr so ein Ding hier aufmacht, dann habt ihr zu einer, ich würde sagen 20% Chance, die Möglichkeit ein großes Portal zu öffnen. Ich versuche das mal eben für euch zu machen. Da oben seht ihr das. Ein mystischer Portal wurde in Graukrallenwald entdeckt. Und dann seht ihr auf der Karte, so sieht das aus. In diesem Bereich müsst ihr jetzt eine größere, rote Kugel finden. Und in dieser roten Kugel kann dann solch eine Angel drin sein. Dort habe ich auch meine Platinangel herbekommen. Da gibt es dann auch nochmal eine Wolfsverwandlung und ein paar andere Sachen. Aber gerade die Platinangel könnt ihr daraus sehr gut bekommen. Dafür geht ihr einfach in dem Portal umher und schaut, dass ihr nochmal so einen Punkt findet. So sieht das Ganze aus. Es gibt verschiedene Standorte für diese roten Kugeln. Wenn ihr mal eine nicht finden solltet, dann könnt ihr bestimmt auch alle Standorte bei Google finden. Aber in den meisten Fällen ist das gar nicht so schwer zu finden. Und es wird euch auch auf der Karte angezeigt, wenn ihr nah genug dran seid. Und wenn ihr es dann aufmacht, dann habt ihr die Chance eine Angelroute zu bekommen. Und wie gesagt, ich habe genau hier meine Platinangelroute bekommen. Ist also gar nicht so unselten. Dann gibt es natürlich noch die Teventangelroute. Die bekommt ihr aus der Truhe von Tevent. Das ist ja der Erzboss, der jeden Mittwoch erscheint. Und es gibt noch eine Krakenangelroute. Die bekommt ihr im Amitoy-Haus tatsächlich mit der Expedition. An der Küste gibt es ein Gebiet, wo ihr einen Sack bekommen könnt. Und in diesem Sack kann diese Krakenangelroute sein. Das ist natürlich sehr selten, weil ihr nicht nur diese Säckchen erstmal bekommen müsst. Sondern wenn ihr die Säckchen habt, dann müsst ihr auch noch das Glück haben, die Krakenangelroute zu bekommen. Deswegen meiner Meinung nach habt ihr die größte Chance, die Platinangelroute zu bekommen. Jetzt geht es darum, welches Gewässer hat die besten Fische, hat der besten Loot. Und da muss ich euch sagen, gemessen auch an allen Informationen, die ich von echt vielen Leuten bekommen habe. Es ist komplett egal, wo ihr angelt, gerade was ihr Säckchen angeht. Da gibt es ein paar Tipps, die sage ich euch gleich. Aber es gibt unterschiedliche Fische an verschiedenen Quellen. Das bedeutet zum Kochen, wenn es um darum geht, dann macht es schon Sinn, an verschiedenen Stellen zu sein. Zum Beispiel der Seestern, den gibt es am Pier von Insel Saurodoma. Ist ein kleiner Fisch. Aber ansonsten wird das hier jetzt kein Fisch-Guide. Das ist nämlich relativ uninteressant meiner Meinung nach. Weil es ja in den meisten Fällen eigentlich nur um die Säckchen geht. Und man mit den meisten Fischen alles kochen kann. Deswegen ist es erstmal grundsätzlich egal, wo ihr angelt. Da, wo ihr euch am besten wohl fühlt. Vielleicht etwas, was nah an einem Shop ist. Oder einfach da, wo ihr das beste Gefühl habt. Wenn ihr sagt, ey in dem Gewässer, da habe ich das meiste Glück. Dann ist das einfach so und da gibt es jetzt keine perfekte Stelle, die ich sagen kann. Und sage, das ist die beste Stelle. Ich habe ein paar gehört, die schwören hier unter der Brücke zu angeln. Es gibt ein paar, die angeln nur Insel Saurodoma. Es gibt da unterschiedliche Sachen. Schaut einfach da, wo ihr euch am wohlsten fühlt. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch einmal, wie man überhaupt angelt. Weil das ist, wenn man es erstmal begriffen hat, so einfach, dass man selber da teilweise gar nicht drauf kommt. Um die Angel auszurüsten, zumindest mal auf dem Controller, müsst ihr das Schnellmenü öffnen. Dann einmal L2 drücken und dann nach oben. Dafür müsst ihr die Angelroute natürlich in eurem Inventar einmal ausgerüstet haben. Mit E Equipped. Und dann könnt ihr die Angelroute werfen. Ihr müsst einen Köder auswählen. Das ist immer zwingend notwendig. Da gibt es verschiedene. Das kommt gleich im Anschluss. Weil das auch wichtig ist. Ich nehme jetzt hier zur Veranschaulichung einfach mal den Brotköder. Und dann könnt ihr den Schwimmer auswerfen. Und dann versuche ich euch zu erklären, wie das Angeln funktioniert. Weil das ist wirklich anders, als ihr es vielleicht in vielen anderen Spielen kennt. Ich würde euch ebenfalls empfehlen, in den Einstellungen unter Inhalt Kamera beim Angeln fixieren. Euch mal anzuschauen, ob ihr die fixiert haben wollt oder nicht. Ich finde fixieren ganz gut, weil das lässt die Karte ein wenig ranzoomen. Sobald der Fisch anbeißt, müsst ihr mit L1 den Fisch quasi einmal ranziehen. Dass der Köder sich einhakt. Und dann seht ihr links und rechts von eurem Charakter im Bild zwei Linien. Und die linke Linie ist der Fisch und die rechte Linie ist eure Ausdauer. Ganz wichtig, eure Ausdauer darf niemals auf 0 gehen. Deswegen macht es mehr Sinn, mehrfach zu flippen den Joystick, anstatt ihn komplett in eine Richtung gedrückt zu halten. Und dann müsst ihr immer entgegengesetzt des Fisches steuern. Das bedeutet, wenn der Fisch nach links geht, steuert ihr nach rechts. Wenn der Fisch nach rechts geht, steuert ihr nach links. Ganz wichtig, auch wenn er ganz weit links ist und dann wieder nach rechts geht, müsst ihr ihn trotzdem nach links drücken. Was ich mache und was ich aktuell am einfachsten finde, ist einfach auf die Leiste vom Fisch zu gucken. Und wenn ich nach links drücke und die Leiste vom Fisch geht runter, dann halte ich weiter nach links. Geht die Leiste nicht weiter runter, dann drücke ich nach rechts. Das heißt, ich achte gar nicht mehr auf den Fisch, weil das ist manchmal sehr schwierig. Sondern nur auf die beiden Leisten, meine Ausdauerleiste und darauf, was der Fisch macht. Und schaue, dass die Ausdauerleiste halt immer beim Fisch runter geht, je nachdem, ob ich nach links oder nach rechts drücke. Ganz wichtig ist auch, niemals den Joystick einfach ruhen lassen. Sondern immer links oder immer rechts. Es gibt nichts anderes. Also selbst wenn ihr 50-50 und das überhaupt gar nicht hinbekommt, zu 50-50 macht ihr da immer die richtige Entscheidung. Ich möchte es jetzt hier im Verlauf des Videos einfach nochmal ein paar Mal zeigen. Und dann achtet einfach mal auf die beiden Linien. Fisch ist drin, ich drücke nach rechts. Ich drücke weiter nach rechts, da ging es nicht. Jetzt drücke ich nach links. Jetzt drücke ich nach rechts. Jetzt drücke ich nach links. Und immer das, was die Linie halt sagt. Geht die Linie nicht weiter, ändere ich meine Richtung. Und zack, da ist ein kleiner Sack, da geht es gleich drum. Weil das meiner Meinung nach wirklich schwierig zu verstehen ist, werde ich es jetzt nochmal versuchen zu erklären, damit es auch wirklich jeder versteht. Jeder, der jetzt das Angel schon drauf hat, kann einfach in der Kategorie zum nächsten Punkt gehen. Also ich werfe nochmal die Angel aus und warte, bis der Fisch anbeißt. Wenn der Fisch anbeißt, da muss man ganz schnell Schild drücken. Das ist auch ein Controller L1. Das gibt einen kleinen Boost, dass der Fisch schon ein wenig Energie verliert. Und dann drücke ich immer in die Richtung, dass der Bereich sich vom Fisch nach unten bewegt. Bewegt er sich nicht mehr nach unten, dann ändere ich die Richtung. Und die Ausdauer darf niemals ganz unten sein, sondern die müsst ihr immer wieder hochgehen lassen. Immer wieder hochgehen lassen. Und wirklich immer nur flicken in die ein oder andere Richtung. Das nächste große Thema sind die Angelköder. Da gibt es verschiedene. Hier zum Beispiel eine Garnele. Es gibt einen Wurm. Es gibt Fischreste, die ihr durch Fische zerstückeln bekommen könnt. Und es gibt Brot. Und wenn ihr Säcke farben wollt, könnt ihr das nur mit Brot machen. Bedeutet, wenn ihr jeden Tag einmal die Angelköder beim Vertragshändler holt, dann könnt ihr jeden Tag 50 Mal mit dem Brot angeln und habt die Chance auf ein Säckchen. Mit allen anderen Ködern könnt ihr keinen Sack angeln. Das ist ganz wichtig. Das heißt, für alle, die Würmer, Garnelen oder Fischreste nutzen, damit könnt ihr niemals, egal was ihr tut, Säcke farben, sondern nur mit Brot. Das ist auch der Grund, wieso ich nur Brot hier mitbehebe. Wenn ihr einfach nur Fische fangen wollt oder wenn ihr einfach nur euren Angelschein, euer Angelleveller erhöhen wollt, dann würde ich euch empfehlen, einfach alle anderen Köder zu nehmen. Wenn es euch um Säckchen geht, dann auf jeden Fall immer den Brotköder. Und wo wir jetzt schon mal dabei sind, geht es natürlich darum, wie sammelt man oder wie fängt man am besten Säckchen. Weil da gibt es auch noch zwei, drei Sachen, die super, super wichtig sind. Eine Sache ist natürlich, dass ihr immer nur Brot benutzt. Mit Brot, also wie gesagt, nur mit Brot könnt ihr überhaupt Säckchen angeln. Und dann gibt es noch zwei Sachen, die ihr auch noch beachten müsst. Das erste ist, es gibt tatsächlich auch ein Bufffood zum Angeln. Bedeutet, ihr solltet alles mal zum Kochofen gehen. Ich bin mir nicht sicher, welches Level man braucht. Ich denke Level 6 oder so ähnlich. Und das, was ihr braucht, ist Roggenbrot. Da könnt ihr einfach mal schauen, ob ihr das schon herstellen könnt oder nicht. Ganz wichtig, damals könnt ihr nur mit Goldroggen machen. Davon gibt es immer nur zehn Stück am Tag. Deswegen ganz wichtig, jeden Tag sowohl die Goldroggen zu kaufen, als auch den Brotköder. Auch wenn ihr heute nicht angeln geht, solltet ihr das auf jeden Fall jeden Tag kaufen. Und euch hier dieses Roggenbrot einmal herstellen. Dann ist ganz wichtig, wenn ihr ein bestimmtes Angellevel erreicht habt, Level 9 müsste es eigentlich sein, bekommt ihr bei kleinen Fischen die Möglichkeit, einen Boost zu haben. Das bedeutet, ihr kriegt solche blauen Pfeile nach unten. Immer, wenn ihr einen kleinen Fisch an der Angel habt und diese blauen Pfeile seht, ist es kein kleines Säckchen oder überhaupt kein Säckchen. Deswegen könnt ihr dort immer die Angel einholen und euch die paar Sekunden an Land ziehen und die Animation, wie er den Fisch zeigt, sparen. Das ist niemals ein Säckchen, wenn ihr bei einem kleinen Fisch diese zwei blauen Pfeile seht. Das zeige ich euch gleich aber auch noch. Zusätzlich gibt es drei unterschiedliche Fischgrößen. Kleine, mittlere und große Fische. Die großen Fische solltet ihr niemals angeln, weil große Fische können oder haben nie Säcke dabei. Deswegen immer nur klein und immer nur mittlere Fische fangen. Das heißt, wenn ihr hier die Angel einmal auswerft und ihr seht dort einen großen Fisch, das seht ihr einfach an der Silhouette, das ist ein großer Fisch, dann, das ist ein kleiner Fisch, dann solltet ihr die Angel immer reinholen, bevor der Fisch anweist. Somit verliert ihr nicht eure sehr, sehr wichtigen Brotköder. Weil nochmal, wenn ihr auf Säckchenjagd seid, um Fragmente zu farmen, um Fähigkeitssteine zu farmen und Jade zu farmen, dann sind diese Brotköder heilig. Und da solltet ihr natürlich auch nur Fische mit fangen, die überhaupt die Möglichkeit haben, ein Säckchen zu geben. Deswegen ganz wichtig, wenn ihr die Silhouette von einem großen Fisch seht, das ist jetzt wieder kein großer Fisch, dann solltet ihr auf jeden Fall den Köder einholen. Das ist ein großer Fisch, seht ihr die Silhouette, ich hole ein, das war ein großer Fisch, das seht ihr einfach an der Silhouette, wenn ihr 5, 6, 7 mal geangelt habt, dann seht ihr das. Wenn ihr euch unsicher seid, lieber reinholen als drin lassen, weil wie gesagt, die Brotköder sind wirklich heilig. Für alle, die sich fragen, wieso hat der Loop 5000, die könnt ihr auch mit Schmuckmünzen kaufen. Das heißt, für alle, die vielleicht ein paar tausend Schmuckmünzen haben, ihr könnt euch damit auch Brotköder kaufen. Und jetzt zeige ich euch noch kurz bei dem kleinen Fisch die zwei blauen Pfeile. Und dann müsstet ihr eigentlich alles wissen, was es zu wissen gibt, um das meiste beim Angeln rauszuholen. Das ist, das seht ihr schon auch an dem, wie schwer es ist. Es ist ein kleiner Fisch, leider verloren, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber ihr habt gesehen, es war sehr schwer, den einzuholen. Das war auf jeden Fall ein kleines Säckchen. Wenn ihr ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, dann werdet ihr schon beim Einholen merken, ob es ein Sack ist oder nicht. Eigentlich ist es immer, wenn ihr einen kleinen Fisch an der Angel habt und es nicht zwei Pfeile habt, dann habt ihr entweder ein Säckchen oder ihr habt einen grünen Fisch. Ihr werdet keine Sardellen mehr oder sowas rausholen, keine grauen Fische, weil die mit den blauen Pfeilen schon aussortiert werden. Ich versuche mich jetzt ein bisschen mehr zu konzentrieren, ein bisschen weniger zu labern, um auch die Sachen reinzuholen. Das ist zum Beispiel ein grüner Fisch, das spüre ich schon, weil der geht leicht raus und ein Säckchen wäre schwerer und der hatte keine blauen Pfeile. Und es war ein kleiner Fisch. Deswegen, wenn ihr da erstmal ein Gefühl dafür bekommt, dann wisst ihr schon vorher, was für einen Fisch ihr holt. Das ist ein großer Fisch, da hole ich natürlich wieder rein und schmeiß wieder raus. Und so, ich habe im Stream einen Test gemacht, habe ich in einer halben Stunde 20 Säckchen reingeholt. Und ich denke, das ist wieder ein blauer Fisch, wenn ihr hier wirklich to the fullest, ich habe noch gerade gar keinen Waffu drin, aber ich habe auch nicht vor, jetzt hier eine halbe Stunde zu farmen. Wenn ihr hier wirklich alle Tipps befolgt, könnt ihr hier bis zu 50 kleine und große Säckchen aus dem Wasser holen. Und wie gesagt, nehmt das Wasser, wo ihr glaubt, ihr habt da am meisten Glück und dann geht einfach mal angeln. Das sind blaue Pfeile und dann sage ich einfach, tschö, spar mir die Zeit, schmeißt wieder aus und geh wieder rein in den nächsten Fisch. Das ist ein großer Fisch, da hole ich wieder ein, ich schmeiße wieder raus und warte auf den nächsten Fisch. Da haben wir schon den nächsten, da ist ein mittlerer, den nehmen wir natürlich mit, könnte auch ein kleiner sein. Gucken einmal rein, ist kein Säckchen, im Prinzip könnte ich auch jetzt schon ausmachen, den von der Angel lassen, aber ich muss auch noch ein bisschen das Angel Level erhöhen, deswegen nehmen wir den mit. Das Säckchen ist wirklich dann nochmal ein bisschen schwieriger reinzuholen, ändert oft die Richtung, da müsst ihr dann wirklich auf der Hut sein. Das ist ein kleiner Fisch, könnte also ein Säckchen sein auf jeden Fall. Keine blauen Pfeile, ist schwer einzuholen, müsste ein Säckchen sein. Ändert oft die Richtung, müsste ein Säckchen sein. Müsste ein Säckchen sein. Jap, kleiner Sack. Und so seht ihr, merkt ihr schon beim Angeln, ob es ein Sack ist oder nicht. Ich hoffe, ich habe alle Informationen, die es gibt, gespreadet mit euch. Also ihr seid jetzt komplett up to date, was das Angeln betrifft. Es wird ja in den nächsten Updates nochmal Neuerungen zum Angeln geben. Wenn es da nochmal wichtige Informationen gibt, dann erfahrt ihr das hier auf dem Kanal auf jeden Fall. Sollte ich irgendwas Wichtiges vergessen haben, Leute, und hier geht es um Facts und nicht um eure Vermutungen oder so, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir sind alle sehr bisbegierig, wenn ihr dann noch irgendeinen riesen Top-Tipp habt, für die super Chance auf Säckchen oder den besten Fisch, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, bin ich sehr, sehr gespannt. Ansonsten würde mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen. Selber ein Like auf dem Video und sage, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.